Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Tanja Mafo. Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank. Liebe Tanja, magst du mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen, erzählen, wer du bist und was du machst? Also ich würde sagen, ich bin Deutschlands erste Kurvenunternehmerin. Also bei mir dreht sich alles um das Thema Plastise und große Größe. Frei nach dem Motto, zelebrieren statt kaschieren, mache ich Frauen mit großem Größemut.